Wir spielen heute in der Nachtgalerie. Heute ist Abriss und ich bin auch dabei. Eigentlich gibt es kein weißes Stütz, aber heute ist kein weißes Stütz. Ich finde, wir haben im Autoboot geprobt. Wir sind vorbereitet. Was habt ihr geprobt? Wir haben im Autoboot geprobt, dann haben wir drei. Nein, ich sage uns, ich kann gar nichts mehr. Stimme sehe ich beim Fußballspielen, aber ansonsten passt das. Die Fans stehen ja dann direkt. Wenn ich nur böse, wo ich so saß, würde ich keine Sekunde fahren. Hätte ich den einen entscheidenden Pin-Boys. Ja, das sind Leute echt mies wie die Leute. Ich misch mein Bier nicht mit Sprite, trink jeden Tag, überzeugt, release. Ja, wem seid ihr da heute? Ein Dream, oder? Ein Dream da heute? Ja, seid ihr, oder? Ja, seid ihr, oder? Wir haben extra Freel gemacht. Hä? Aber, naja, ich glaube nicht. Wo haben wir gerade? Ich will ein Weißbier trinken. Nein, Sie sehen es. Ja, dann haben wir es. Okay. Ja, es ist sehr angenehm. Also es ist ein bisschen ruhig, weil da viel viel Musik ausdreht. Aber ansonsten muss ich sagen, es gibt viel Weißbier, es gibt viele Katzerle, die draußen auf mich warten. Frisch. Frische Katzerle. Rasiert. Ey, was ist denn das Scheißhaus? Was muss ich euch machen? Tu die Dämonie, was muss ich euch machen? Jetzt reißen wir heute die Komplette. Trinken wir Alkohol? Nein! Das ist der Kühlschrank. Da sind Sachen drin. Das hast du im Leben noch nicht gesehen. Das wird jetzt da sowas von weggeflasht. Ich habe jetzt vorhin schon ins Rad dazu. Jetzt kommt die zweite. Jetzt sind wir da. Das Bier schmeckt gut. Da könnte ein bisschen kühler sein. Der Dämonie gibt alles, aber... Nein, was willst du machen, gell? Was willst du machen, gell? Aber, warte. Du musst selber auch mit drauf nehmen. Ja, machen wir. Trinkt ihr auch ein paar Weizen, oder? Ich habe aber keine Weizen. Ey, ey, ey! Ey, ey, ey! Ich weiß auch nicht, was ich da mache. Ich wollte euch jetzt am letzten auf den Führer wegstehen. Wo wir da scheissen? Da vorne. Ich hab's noch mal gesagt. Ich hab's noch mal gesagt, Hallo, ich hab's noch mal gesagt. Ich hab's noch mal gesagt. Hallo, Fynn mal bitte. Danke, was sagen? Hey, jeder Fynnlose. Großes Bügeleisen am Stück. Es ist gerade von mir, ein bisschen umangenehter Jerobe. Wie ist es, glaube ich? Ich hab's noch mal gesagt. 3 a.m. ist was? Was sind wir? Die Gang, oder? Sind wir die Gang? Ja. Ich so vorher zu Mikey, Mikey, kannst du kurz meine Tasche halten? Er so, nee, ich mag sowas nicht. Wenn wir Leute was in die Hand geben, ich mag sowas nicht halten. Hey Kai, halt mal schon mal Bier. Und dann, ich kann's ja auch einfach so machen. Er wollte nix zu mir stellen. Da brauchst du jetzt einfach am Boden diese blöde Tasche da. Jetzt ist er einfach halten, Kinder. Sie haben hier voll den Vogel, ich glaube, das stimmt. Es ist der böhmische Traum. Fußzehender Steier! Fußzehender Steier! Fußzehender Steier! Ja, das ist der erste Mal. Jetzt geht's auf, weil dann schrei auf mein Pudding Apple Watch. Für die Eure Aspino. Aber jetzt geht's auf. Es ist der erste Mal. Fußzehender Steier! 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 Und ich dachte, du bist glücklich. Am Zidane, am Vorhe, am Sonnenblatt. Am Zidane, am Vorhe, am Sonnenblatt. Willst du mit mir schaffen? Ich bin jetzt bei dir. Ich versteh nicht so oft, ich danke. Happy Birthday, Torio! Happy Birthday, Torio! Das Team ist der Junge Prinz von Bavaria. Ich bin sehr stolz von meinem kleinen Mann. Ich habe den Trumel-Mein. Was hast du denn, Felix? Ja! Ich habe eine neue Unterhose. Ich bin gelangt, ey! Dann bin ich da, ey! Und der Dues! Sonny got me trippin! Was machst du denn? Ja, ich film schon. Ich film ja. Flock ist gut.